Hallo liebe 96 Fans, es ist mal wieder soweit. Wir melden uns von der Mehrkampfanlage für euch, denn die Trainingseinheiten unserer Profis finden ja leider coronabedingt und jetzt auch gerade ausgerechnet in den Sommerferien weiterhin ohne Zuschauer statt. Deswegen haben wir uns heute vorgenommen, euch mal wieder die schönsten Bilder des 96 Trainings zu präsentieren. Auf dem Programm am heutigen Dienstag standen für unsere Profis direkt zwei Trainingseinheiten. Wir waren sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag für euch dabei und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit unserem Trainingsreport. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018